Das Ensemble Junge Musik Sachsen-Anhalt sucht für die Spielzeit 2021-2022 neue Mitglieder. Gefragt sind Musiker im Alter von 14 bis 25 Jahren, die ihren Wohnsitz im Land Sachsen-Anhalt haben. Wer Zeit und Lust hat, sich auf neue Klänge einzulassen, sollte sich bewerben. Jedes Instrument ist möglich. Auch Sänger sind willkommen. Regelmäßiger Probenort ist das Gesellschaftshaus Magdeburg. Seit der Saison 2019-20 leitet der in Wernicke-Rode lebende Dirigent, Kompedist und Geiger C. René Hirschfeld das Ensemble. Selbstgesetztes Ziel ist es, neue und zeitgenössische Musik gleichberechtigt neben die klassische zu stellen. Das Ensemble Junge Musik erarbeitet ab September ein Konzertprogramm. Im April 2022 soll es U aufgeführt werden. Seit 2019 ist das Ensemble ein Gemeinschaftsprojekt des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V., dem Gesellschaftshaus Magdeburg und dem Magdeburger Musikverein Musikalische Heimstätte. Bewerber werden zu einem Vorspiel am 24. April 2021 eingeladen. Anmeldungen sind möglich bis zum 1. April unter der eingeblendeten E-Mail oder über das Online-Formular auf der Website www.musikschulen-in-sachsen-anhalt.de